Kommt von da vorne. Mach auf. Schöpfer, verliehen Sie mir. Diese Installation, der Vorbote, Exil war endgültig. Wie kam sie zurück? Es ist unmöglich. Das kann nicht sein. Ich muss zurück. Alles erfahren. Wir sollten ihr helfen. Vielleicht. Nein, sie hat recht. Ich benötige Ihre Hilfe. Wer bist du? Wie heißt du? Ich bin Spawned Fire. Ihr meint dieser Installation. Und dies ist mein Konservatorium. Mein Konservatorium. Das ist nicht richtig. Vielleicht kann ich... Oh nein! Dann los. Wohin? Darunter. Was waren das für Flugdinger? Neu. Gefährlich. Und Despondent Pire? Neu. Potenziell gefährlich. Oh. Unerwartet optimistisch. Wohin. Ich bin schwer. Das ist nicht so... Oh, Answer. Was allein immerhin schon durchführen? Tot, voyez. Heut das leifend. Forty ? Ah, aufhören! Was? Eine Granate! Aber ich stehe doch! Mein Schuss ist nicht gut! Die Leute verschleppen sich! Wir sind nicht mehr! Es ist da! In vier Wetter! Oder folgen! Schicksal! Nach die Meter! Sprechen uns! Sprechen uns! Sprechen uns! Sprechen uns! Sprechen uns! Hier ist dein Schuss! Schönen guten Kampf, Spaten! Ich weiß, er ist platt! Ich schnack dich in Stücke! Sei stark, Spaten! Überrasch! Ich habe gegen die Verbreite. Ich habe die Verbreite. Sie sagt mir zu groom, Spaten! Der Abenteil. Ich habe die Verbreite! Ich habe die Verbreite. Es ist sehr gut! Ich habe die Verbreite. Ich höle mich in den Schatten. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Leider ja, Cortana. Doch meine Meinung bleibt unverändert. Die Waffen der Installation sind zwar dein, aber ihre Geheimnisse nicht. Sie müssen gewahrt werden, geschützt. Besonders die Eindämmungsanlage. Eindämmung? Die Flood? Warum sollte... Wir beide wissen ganz genau, dass es in diesem Ring Schlimmeres gibt als die Flood. Nein! Das kannst du unmöglich wissen! Dann kommst du mich nun holen? Warum tust du das, John? Warum verstehst du nicht? Das Siegel darf nicht gebrochen werden. Die Bestraften nicht befreit. Das ist nicht verhandelbar. Es gibt keine andere Wahl. Überdenke es. Die Konsequenzen deines Anliegens... Zurück in dein Konservatorium, Illuminat. Was bedeutet das? Was könnte schlimmer sein als die Flood? Nichts Gutes. Finde einen Weg raus. Bin dran. Wissen Sie noch, als Sie von neu und gefährlich sprachen? Sicher. Sie hatten recht. Augen auf! Verstärkung! Tut mir leid, das dauert länger als gedacht. Etwas übernimmt die lokalen Systeme. Wo kommen diese ganzen Skimmer her? So nennen wir die jetzt also? Nun, ich hatte auch an fliegende Octopus-Affen gedacht. Dann also Skimmer. Mehr von denen, Chief. Ich weiß, der Code wird überschrieben. Mit Blutsväter-Routinen geändert. Ich weiß nicht, was für heute läuft. Ich hab' neu. Also, der Builder-Fl covenant. Banter! Fertig! Holen Sie mich ab! Was ist vorhin passiert? Als ich mit dem Dock verbunden war, wurde etwas freigeschaltet. Etwas Wichtiges. Cortana war hier. Vor sechs Monaten. Ich fühlte, was sie fühlte, als sie ankam. Es war Freude, Furcht und Schmerz. Schief ist das noch ein... Hier tobte ein großer Kampf. Spartans sterben nicht einfach. Ich weiß. Ein Schubdüsenmodul. Ausweichmanöver auf Knopfdruck. Na gut. Wer bist du? Scan abgeschlossen. Spartan Theodor Sorrel. Spezialwaffenexperte. Stab vor 13 Tagen. Imakovich. Der Attentäter? Brutes. Mehr als einer. Wer sie auch sind. Sie sind Profis. Gut ausgebildet. Wir haben eine Rechnung, Affen. Stab vor 5 Tagen. Spielen. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Leg die Panzerung ab, Feindling! 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 Ich weiß nicht! Die Panzerung ab, Feindling! 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 Feinde. Despondent Pyre? Sie hatte etwas, das ich brauchte. Ich weiß von dir, Meklin. Doch hör gut zu. Ihr seid nicht die Zukunft. Alles okay, Chief? Versuche die Panzerung freizugeben. Streng dich an. Los mit den Lügen der Blutsväter. Ich bin die Vorbotin der Wahrheit. Die Endlosen werden erscheinen. Und aufsteigen. Jetzt wäre gut. Ich weiß, ich weiß. Drei. Die Reformation beginnt. Drei. Drei. Eins, los! Ich war zu langsam. Sie hätten sterben können. Nicht wahr? Schon gut. Du hast uns beide gerettet. Dieses Bauwerk? Ja. Wissen Sie, was das ist? Nein. Die Vorboten sagte, die Endlosen werden erscheinen. Vielleicht sind sie da drin. Vielleicht finden wir es raus. Vielen Dank. Vielen Dank.